So, hallo erstmal zu einer weiteren Folge unseres Guardian Tales Story playthrough. Heute Folge 37, Welt 5 statt Chen, Kapitel 1. Ich hätte gesagt wir starten auch direkt mal. Ich weiß nicht was mich erwartet, also für mich auch das erste Mal. Kann ich nicht? Ah. Toll. Alles mitnehmen was geht. Ich hätte auch über so Dinger hüpfen können. Und dann läppet mir. Läppet. Oh jawoll. Oh cool. Nice. Ah ich kippe alleine. Na auch nicht schlecht. Oh man. Äh was los? Los. Ich werde dann Schüler geblubber hier. Ich werde dann noch ein paar Mal sehen. Okay, dann machen wir mal mit! Oh, oh! Wir sind schon K.O. Wo? Naja, mach! Hey, bestimmt nicht mit euch! Jetzt voraus! Na, gucken wir mal schnell hinten was da noch! Oh! Oder die Bombe! Okay, dann hole ich es mir halt nicht! Ich stirb! Noch mehr? Irgendwas stimmt doch nicht! Der Psyfung, ey! Der Psyfung! Der Psyfung! Der Psyfung! Der Psyfung! Ah! formatisch! Eine Ringe! Ah! Eine Ringe! in your face wachen Tch! Hahahahaha! Haha! Ähm, diese Dosensuppe habe ich in der Himmelsfeste, ähm, gekriegt, wie ich da mal den einen Baum weggemacht habe, nur so zur Info. Wegen Dosensuppe, alles klar! Wirken Dosensuppe, alles klar! Wirken Dosensuppe, alles klar! Oh, nice! Neuen Charakter! Jawohl! Ja toll! Den hat sich schon gezogen! Haha! So, dann holen wir mal den alten Opa! Wirken Dosensuppe! Was ist das richtig? Was ist das echt üppchen? Was ist das mit einem anderen Raum? Was ist es zu schwimmen? Was ist das? Oh scheiße Aber täte mich echt interessieren Was passiert wäre, hätte ich den jetzt freigelassen Aber irgendwie Vipern-Klan Klang nicht so gut Nett Oh hallo Oh Oh Jawohl Alles klar Das ist so stark Ich gehe jetzt von da hoch Jesus Ah da unten was mit dem Tiger Oh next Ich gehe jetzt mit mir Ja, ist klar Ha 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 Voll Voll Und da hoch Ich brauche Feuer irgendwie Alles klar Na toll, ich habe noch nicht alle Ich riebe Ich riebe Ich riebe Okay, das ist ein Das war Spaß! Jawoll! Nein, 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 nein! Ja, und das war es dann auch schon in unserer heutigen Folge. Danke fürs Zuschauen, hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video, bye bye! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.